Ich begrüße euch zu unserem Filmvortrag, äh, Beitrag über Fleischkirchen. Also wir haben jetzt sortiertes Schweinsfilet-Medaillon mit Galvados-Sauce und Äpfeln. Und ja, dann haben wir hier das Mise-Bras parat gemacht, was wir gestern eingekauft haben. Hier haben wir jetzt Schweinsfilet, ein schönes, galbes Fond, jetzt haben wir 8 Deziliter, Sauerrahm, Galvados, Trauben, ähm, hell und dunkel, eine unbehandelte Zitrone und Äpfel. Das sind jetzt Gala-Äpfel. Dann haben wir hier noch Salz und Pfeffer, Sonnenblumenöl, das Mehl fürs Fleisch und Zucker, was wir dann für Trauben brauchen. Jetzt werde ich mal anfangen mit den Äpfeln, dass wir die Äpfel mal behandeln. Da ist sehr wichtig, dass man das Zeug immer sehr stündlich wäscht, was ich jetzt mache. Dann weiter, für was wir die Äpfel brauchen, das ist eben für die Soße, für die Galvados-Sauce, und um über das Fleisch zu lecken. Dazu werden wir die Äpfel jetzt schellen und sich auch im Gehäuse empfehlen. Dann, wie gesagt, mache ich jetzt schnell mein Zitronenwasserbrat, dass ich die noch einmal gerade reinlecken kann. Auf das tue ich die Zitronen schon evaluieren. Also, das tue ich nur mehr betäufeln oder wüsste ich kein was. Dann tue ich die gut auspressen, dass es braun wird. Ja. So. Gehäuse. Gehäuse. Dann brauche ich jetzt die Äpfel. Einerseits zum Scheiben machen, zum auf das Fleisch legen danach. Und aus dem anderen Teil der Äpfel mache ich Würfel für die Soße, die wir haben. Dann schiebe ich jetzt mal die Scheiben hier. Jetzt hat er etwa 1 cm dick. So. Mit so schönen Pasteln. Dann hat man da einfach ein bisschen fein Zitronensaft drüber. Ein bisschen durchschwenken und zur folgenden Seite. Ein bisschen mischen schnell. Damit wirklich überall noch ein Zitronensaft dran ist. Wunderbar. Aus dem nächsten, aus dem Rest des Äpfels, mache ich jetzt eben die Würfel für die Soße. Dann haben wir die Würfel. Die brauchen wir momentan noch einmal ohne Grat. Dann tun wir das nochmal schön mischen. Vielleicht nochmal ein bisschen Zitronensaft oben drüber. Das muss man noch haben. Dass die sicher nicht braun werden. Zubereitet. Das Fleisch, das ist eben. Das Schweinsfilet jetzt. Das kann man jetzt gut erkennen. Also das ist jetzt ein gutes. Das erkennt man hier. Sagen wir, wenn jetzt ein Lieferant kommt. Dann gibt es einen Ablauf. Man nimmt den Bestellschein und schaut, ob das das Richtige gesehen ist, was gekommen ist. Dann kannst du die Temperatur messen. Die sollte bei 0 bis 2 Grad sein eigentlich. Und dann muss man schauen, dass man die Kette auch einhalten. Und wenn es zu tief ist, dann zieht es sich so zusammen und ganz saft läuft aus. Dann haben wir hier das Schweinsfilet. Und das wird in drei Kategorien unterteilt. Also wir haben hier das Schweinsfilet Kopf. Das ist das Herz hier. Und dann hier, wo es dünner wird, das ist das Schwanz. Und jetzt schneiden wir aus dem, das machen wir jetzt hier durch. Machen wir jetzt schöne Medailles. Die haben eben ein Gewicht von 40 Gramm. Dann mache ich das. Ja, super. Ich schneide das. Das ist Salz und Pfeffer. Willst du noch den Fleischgeiss? Nein. Oh, ich habe das. Ja, das haben jetzt nicht alle Platz. Das ist jetzt ein kleiner Teller gewesen. Dann können wir das einfach nur noch oben. Ein bisschen lüten. In der Zwischenzeit empfangen ich das Öl in die Pfanne. Dass das Öl nachher auch richtig schön heiss ist. Um das ansortieren. Dann nimmt man das Fleisch. Dann verlieren wir das Fleisch. Dann verlieren wir das Fleisch. Malieren heisst eigentlich nicht anders, als einfach bei uns in den Fachspruch einfach in Mahlwände. Und das macht man meistens bei hellem Fleisch, also so Kalbfleisch. Oder irgendwie jetzt auch Schweins. Das ist dazu da, dass wenn es dann ansortiert, dann bekommt es eine schöne Farbe. Und der Saft, wo dem Fleisch nicht gut geht. Also bindet es sozusagen ab, sodass es nicht einfach verloren geht. Ich fahre in der Seite. So gut. So gut. So gut. Schön einbeinecken. Während der Messer, das ein Brot ist, will ich euch etwas über das Sortieren erklären. Das Sortieren kommt vom Französischen. Bei dieser Sortieren springen. Es ist eine besondere Form von Kohlbrot. Dazu brotet man das Grafurt in einer sehr hohen Temperatur von 160 bis 240 bis 240. in einer Oktronenpfanne mit einem hochgezogenen Ranz, wie man da schön sieht. Und ein sogenanntes Sortieren. Ohne Tremdküssigkeit und natürlich ohne Deckel. Zum Ausdruck Sortieren wird für Fleisch, Mies, Käptröpfel und Pilz verwenden. Das Fleisch muss eben, wie gesagt, vorher flüssig werden. Durch Sortieren, wie ihr das Bild im Zustand vorher spürt. Sehr gut. Und dann. Durch die kurze Gase, die wir zu Hause haben und der hohen Temperaturen, gibt es im Zustand eine schöne Brünung vom Gaswut. Die Brünung entsteht durch die Bindung der hohen Hitze, vom Zucker und vom Fett und vom Eiweiß, in welchem Fleisch enthalten ist, welches drin ist. Durch die hohen Temperaturen zum Sortieren eignet sich Boten wenige. Üblich dagegen gibt es auch die Öle, die Sonnenblumenöl von Meeres verwendet haben, oder ein Boten schmeißen. Das sind so die Lieblingschenzen. Das ist Holzbrot, das ist jetzt. Also jetzt im Fleischwandel ist wichtig, dass man nicht mit einer Gabel in die Spitze oder in die Spitze kommt. Das ist ein Beispiel, dass der Stürz. Und dann läuft das Sakne raus. Und dann ist er einfach, so zu sagen, zu wenig geschwappen. Genau. Und für die Pfanne, die in die Sackjagd geschifftet ist, sollte man auch ein bisschen das Metallicum, jetzt wieder so, oder auch wieder als Spitze. Das macht Friss drin. Das macht halt Pfannenverbot. Da meine ich jetzt noch dabei. Wenn die Pfanne jetzt nicht nur heiss wäre, wenn du das Fleisch reinmachst, dann wird es sozusagen verdünscht. Wenn es nicht nur heiss wäre, dann sollte es einfach nicht nur heiss sein. Das wäre auch schön. Dann haben wir hier einen Ofen vorgehalten. Vorbereit ist es abgerichtet. Wir haben schon Dall in der Wärmischung anrichten. Wir haben es auf 80 Grad gestellt. Dann machen wir diese noch aus. Ein bisschen warm. Und stellen es jetzt so ein ganz bisschen. So, dann gehen wir weiter zu den Äpfeln, die ich vorher vorbereitet habe. Man sieht, die sind nicht umgezogen, die sind noch alle schön in Farbe. Die tun wir jetzt auch schnell, gerade mit der Pfanne, die wir hier anteilen. Die tun wir dann auch kurz ansondieren, auch kurz, damit wir die nachher über das Fleisch schneiden können. So, dann fangen wir schnell an. Dann geben wir die Äpfelwurte rein. Dann geben wir die Äpfel ebenfalls, gerade mit Wärme, damit sie auch nicht warm bleiben. Hast du noch Platz? Ja, ja. So schön. So, wunderbar. So. Dann übernimmt mein Kollege wieder, dass er die Soße gerade. Die Soße machen wir gerade mit dieser Pfanne. Und da ist es den ganzen Geschmackstatt. Da ist es den ganzen Geschmackstatt, den er gegeben hat. Dann nehmen wir hier die Galvados. bereitstellen. Dann nehmen wir die Äpfel, die Tobi vorbereitet hat. Dann nehmen wir jetzt die Alliwurte. Dann nehmen wir die Batterie. Und dann nehmen wir die Nachbarn rein. Da ist der Glas weiter. Dann nehmen wir die Laki ab und dort rein. Das hat schon lange. Dann nehmen wir das hier reduziert. Dann stellen wir die Laki runter. Nämlich die Falscher nachher. Dann stelle ich es nachher nach, bis dort jemand produziert hat. Dann fülle ich es so und mit dem Kalfsvorteil. Das ist ein Kalfsvorteil. Man muss bis zur Hälfte einreduzieren, damit es auch öffnet den Schmack gibt, den man will und Konsistenz. Dann stellt man wieder schön auf, damit es auch schön einreduzieren kann. Dann fülle ich es nachher, bis es eben einreduziert ist. In der Zwischenzeit, während die Soße köchelt, haben wir nicht viel zu tun. Dann nehmen wir unsere Drauben, die wir gekauft haben. Die nehmen wir für Garnitur, die wir brauchen. Logisch, wenn wir das Brett wieder wechseln, weil wir ja kein Fleisch oder Fleischsoft bekommen können. Dann nehmen wir das Brett, wir bekommen ein Obst. Hier drüber, wie jedes Ding, das wir noch nicht waschen schön. Ein bisschen. Die werden jetzt eigentlich nicht im Rezept selber enthalten, sondern nur so etwas als Garnitur, damit es gut zusammenpasst. Die nehmen wir einfach karamellisieren, also glasieren. Das nehmen wir hier oben. Sie dürfen nicht fliegen, das ist schon mal gar nicht durch. Soll ich da schon mal ein bisschen Öl rein? Ich verstehe. Eben, hier vor dem Chalant, sehen wir vielleicht, wie es von davor dampft. So, die sind immer noch halbiert. Dann nehmen wir das auch schon mal an. Dann nehmen wir das wieder in das Chili, dass sie das im Brett beitreten. Dann nehmen wir die nachher nur noch mal zur Pfanne durch. So. Los. Also, jetzt hat es hier eine Form eingekaufen. Und jetzt haben wir noch ein ganz bisschen die Dämmel gelassen. Mit so kniften Farben, die dunkel wird und das noch ein bisschen mehr bildet. Und jetzt ist sie optimal. Jetzt machen wir hier Surram. Also, Surhalbram. Dann machen wir da rein. Wir haben jetzt noch die Halberdäste, um zu abschwerden. Dann haben wir jetzt die Hitzweißen. Jetzt können wir das jetzt auch zu hochbraten. Und sonst hätten wir noch mehr reduzieren. Dann werden sie einfach an vier. Dann können wir das jetzt abholen. Wir haben die Halberdäste, um zu abschwerden. Dann werden sie das aufgeschwiesen platzen. Dann werden sie auch schon mal ein bisschen mehr premiere. Dann werden sie langsam verbreitet und dann werden sie abholen. Dann werden sie einkommen. Dann werden wir noch mal die Halberdäste zum Abschwerden. Dann haben wir denonen. Der电 hat man nicht mehr. Das kann man sich also mal ausmachen. Dann werden sie noch mal aus und dann bekommen, Ich zeige euch die Trauben, die wir vorgeschritten haben, zur Hand. Jetzt scheisse. Jetzt nehmen wir die Trauben schnell hinein. Dann nehmen wir noch ein bisschen Bebenhutzucker. Das ist auch schön caramelisiert. Jetzt sieht man hier, wie das Ganze von Caramelisieren kommt. Jetzt ziehen wir hier schnell ein Fleisch an, um zu schauen, ob das gut durch ist. Ihr Kollege schneidet das schnell auf. Seht ihr, wie es ein schönes Saft drin hat. Ein bisschen Rosa. So ist es wunderbar. Und jetzt? Ich zeige euch, dass mein Kollege immer hier anrichtet. Natürlich erklärt er auch, auf was man anrichten muss. Da hat es natürlich auch wieder Regeln. Man muss beachten. Wichtig ist, dass man, wenn man anrichtet, sollte man immer stärker beilagen. Mies, Fleisch oder Fisch. Dann ist es wichtig, dass alles eine andere Gar-Methode hat. Bei uns ist das jetzt nicht voll, denn wir haben jetzt spezifisch auf Sortieren gemacht. Und dann gibt es verschiedene Faktoren. Man sollte unterschiedliche Farben haben. Man sollte möglichst zentral in die Höhe anrichten. Und ja, wenn es geht, dann als Schnittarten etwas verschieden. Also nicht immer die gleichen sind. Zum Beispiel so alles streifen oder alles nur Würfelchen. Und das ist auch sehr zentral. Und dass der Tellerrand immer frei ist. Also der gehört nach dem Gast. Sondern nur hier. Und das kann ich flecken natürlich. Und dann etwas. Und dann sieht das auch so aus. Das ist jetzt ein Dietz-Schweins-Medaillon mit Galvados-Sauce, Öpfel. Und dass es gar nicht gut traurig ist. Auch wie ich es nicht tue. Okay? Dann noch, was hast du uns vielleicht noch zu sagen? Was für Beilagen, dass man dazu servieren könnte? Was würde noch passen zu einem Schweins-Medaillon? Was jetzt noch passen würde? Können wir jetzt Pondisches dazugeben? Oder was wir halt oft im Betrieb auch machen. Zum Galvados und Schweins. Wir haben ja Nudeln. Einfach Nudeln. Das passt sehr gut. Und das Gemüse, das ist? Ja, Gemüse. Da kann man jetzt auch immer so Variationen. So Riebeln. Bohnen im Speck. Das wäre jetzt auch noch gut. Das Kohlräubchen. Ja. Das ist eben mit der Farbe. Wenn man so Bohnen, Riebeln und Kohlräubchen nimmt. Dann hat man alles unterschiedliche Farbe. Das sieht natürlich optisch wieder besser aus. Genau. Ja. Das ist es gewesen. Unser Bild. Unser Ergebnis. Lass euch sehen. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen können. Und ja. Wir bedanken uns. Wir bedanken euch fürs Zuschauen. Und ein schönes Tag. Tschüss zusammen.